Und damit hallo und herzlich willkommen Ja, es handelt sich diesmal um keinen Display, wie man auch schon dem Video-Titel entnehmen kann Sondern um ein kleines Infovideo über die momentane Projekte auf unserem Channel Und zwar, momentan bringe ich ja sehr oft Clash of Clans und FIFA raus Und ja, Animal Crossing und Mario Kart ist dadurch etwas weniger geworden Beziehungsweise Mario Kart kam ja nur einmal die Woche und Animal Crossing auch Und ja, Mario Kart wird definitiv weiterkommen Aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit, noch Mario Kart zu machen Denn das wäre dann ein zweites Video am Tag Und so eine kleine News-Runde Das ist auch immer noch das Problem, dass man noch News dafür wenden muss Ja, ich nehme meistens Nintendo News oder was vom Kanal Und jetzt ist die Frage, was wollt ihr samstags lieber haben? FIFA 15 oder Animal Crossing? Ich lasse euch die Entscheidung, denn beides macht mir Spaß Und ja, ein Projekt muss weg, denn es wird zu viel Irgendwann, vielleicht wenn ich mal Ferien habe, wird mehr kommen Aber das werde ich davor nochmal ankündigen Also die Frage des Videos ist, Animal Crossing oder FIFA 15? Ihr könnt es uns schreiben, schreibt es mir unten in die Kommentare Und ja, noch einen schönen Abend Macht's gut